Okay, wir werden jetzt versuchen, gemeinsam Blackstories zu lösen, die ChatGPT uns erstellt hat. Dabei haben wir verschiedene Schwierigkeitsgrade, es fängt bei leicht an und endet bei unmöglich. Ja, wir versuchen halt alle zu lösen, ne, that's it. Also, das Spielkonzept ist, wir haben jetzt hier so einen Fall, zu dem wir fast keine Informationen haben und wir müssen versuchen mit Ja-Nein-Fragen quasi herauszufinden, was passiert ist, ja. Erster Schwierigkeitsgrad, leicht, der Fall ist, eine Frau backte einen Kuchen und brachte ihn zu einer Party. Kurz nach dem Essen fielen mehrere Gäste tot um, hat die Frau den Kuchen gebacken. Eine Frau backte einen Kuchen. Ja, da brauchen wir ChatGPT nicht fragen. Aber vielleicht ist der Gedanke ganz gut, dass die Gäste vielleicht nicht wegen ihrem Kuchen gestorben sind. Vielleicht hat der Kuchen gar nichts damit zu tun. Kurz nach dem Essen fielen mehrere Gäste tot um, da geht es ja nur ums Essen per se. Das ist ja nicht die Information, hier steht ja nicht, die Gäste sind durch den Kuchen gestorben. Das könnten wir direkt mal fragen. Ja, die Gäste sind durch den Kuchen gestorben. Okay, war es das Ziel der Frau, dass die Gäste sterben? Gute Frage. Die obvious Lösung ist, dass die Frau den Kuchen vergiftet hat. Okay, zwei gute Fragen. Hat die Frau den Kuchen vergiftet? Ich sage nein. Nein. Die Frau hat den Kuchen nicht absichtlich vergiftet. Aber ist der Kuchen trotzdem vergiftet? Weil wenn es jetzt nicht absichtlich ist, kann es ja trotzdem noch sein, dass der Kuchen an sich vergiftet ist. Nussallergie. Oh, ja. Ja, vielleicht ist es so Allergiescheiß. Das ist stark. Ja, es hat was mit Allergien zu tun. Aber random, wenn alle welche haben. Ja, vielleicht war die auf dem Treffen der anonymen Nussallergiker und hat aus Versehen Nusskuchen gemacht. So auf dumm. Ist das jetzt nicht die Lösung? Ja, genau. Die Gäste hatten eine allergische Reaktion auf den Kuchen, was letztendlich zu ihrem Tod führte. Geil. Das Treffen der anonymen Allergiker. Der anonymen Nussallergiker. Okay, check. Der letzte Flug. Ein Mann besteigt. Spannend, das so zu schreiben. Ein Mann besteigt ein Flugzeug. Kurz darauf stirbt er. Niemand anderes an Bord ist verletzt und der Flug war völlig ereignislos. Okay. Das heißt, irgendwas ist im Flugzeug passiert, das dafür gesorgt hat, dass er nachträglich noch stirbt. Eine Flugzeugallergie. Ja, das ist es. Der Mann war allergisch auf Flugzeuge. Er wusste es aber nicht. Der Flug etwas mit seinem Tod zu tun. Ja, der Flug hat etwas mit seinem Tod zu tun. Okay. Also es ist nicht Selbstmord. Aber was kann passieren bei einem Flug? Oder vielleicht echt so wegen so Luftdruck oder so? Vielleicht ist dem irgendwas im Kopf geplatzt? Ja, der Flug hat bei dem Mann eine körperliche Reaktion hervorgerufen. Der war halt voll geil vom Fliegen so. Okay, ja. Irgendwie so ein Aneurysma oder so was. Sodass im Kopf durch den Druck irgendwas geplatzt ist oder so. Der Druck beim Fliegen hat bei ihm ein Aneurysma ausgelöst. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Ja, wir haben es an sich. Wir müssen es jetzt nur nochmal. Das müsste es doch sein, oder? Okay, let's go. Der Mann ist durch die Folgen des Aneurysmas gestorben, das vom Flug ausgelöst wurde. Okay, auch easy. Das war easy. Das haben wir übelst schnell gelöst. Okay, Chat. Mittel noch viel zu leicht. Ein Mann betritt ein Zimmer, in dem sich ein Spiegel befindet. Er sieht sein Spiegelbild, fängt plötzlich an zu weinen und verlässt dann das Zimmer. Kurz darauf stirbt er. Er hat jemanden mit einer Waffe im Hintergrund gesehen. Boah, das ist Krimi-Scheiß. Aber da steht ja, er verlässt dann das Zimmer. Das heißt, er geht noch lebend raus. Er verlässt das Zimmer. Kurz darauf stirbt er. War es Selbstmord. Nein, es war kein Selbstmord. Alter! Call CSI Miami! Was haben wir hier? Noch etwas anderes gesehen, als sein Spiegelbild. Ja! Er hat im Spiegel noch etwas anderes gesehen. Okay, okay, Chat. Okay, Chat. Er hat kein Spiegelbild gesehen, ist ein Vampir und ist in der Sonne gestorben. Eww! Alter! Ja, was hat er jetzt gesehen? Weil einer, der ihn umgebracht hat, das passt irgendwie nicht zusammen mit, dass er noch aus dem Zimmer gegangen ist. Er verlässt dann das Zimmer. Vielleicht rennt er auch aus dem Zimmer. Nein, er fliegt nicht aus dem Zimmer. Das heißt, er geht ganz normal aus dem Zimmer. Ich bin übelst verwirrt, dass es kein Selbstmord ist. Ist es ein Unfall, was den Tod verursacht? Ja, es handelt sich um einen Unfall, der zum Tod führt. Oh, okay. Okay. Ein Unfall. Ein Unfall. Ein Unfall. Boah, wir müssen noch herausfinden, was es für ein Unfall ist. Und wir müssen noch herausfinden, was er im Spiegel sieht. Jemanden gesehen, der ihm nahe steht. Ja. Okay, krass. Ja, eine weitere verstorbene Person spielt eine Rolle in der Geschichte. Wusste er, dass er stirbt? Hm. Auch eine gute Frage an sich. Aber vielleicht auch illere Wand, weil es ein Unfall ist. Okay. Okay, ähm, stirbt er bei einem Autounfall? Ja, er stirbt bei einem Autounfall. Okay. Das heißt, prinzipiell fragt man sich halt jetzt, was hat die ganze Vorgeschichte mit dem Tod zu tun? Ihr wollt diese Zwillingsgeschichte, oder, Chad? Ihr wollt eine Zwillingsgeschichte. Okay. Ihr kriegt eine Zwillingsgeschichte. Ähm, ist er ein Zwilling? Ja, er ist ein Zwilling. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Er ist ein Zwilling. Er ist ein Zwilling. Ich pack's nicht. Das ist stupid. Echt, es ist die Zwillingsgeschichte. Ich find das immer so wack in Serien oder so. Wenn so die Auflösung ist. Es ist sein Zwilling gewesen. Das find ich immer so billig. Sieht er ein Bild von seinem verstorbenen Zwilling? Steigt dann ins Auto und baut einen Unfall? Das ist es. Es ist halt einfach das. Es ist die Classic-Zwillingsgeschichte. Er sieht ein Bild von seinem verstorbenen Zwilling, wird emotional und steigt dann ins Auto, wo er beim Fahren abgelenkt ist und einen Unfall verursacht. Ein Mann betritt einen Raum, in dem sich eine Uhr, ein Spiegel und ein Tisch befinden. Er schließt die Tür hinter sich ab und als er die Uhr betrachtet, versteht er sofort, dass er nicht mehr lebend aus dem Raum entkommen wird. Am Ende stirbt er. Da müssen wir jetzt erstmal alle Informationen verarbeiten. Okay. Mann geht in einen Raum rein. Uhr, Spiegel, Tisch. Er schließt die Tür hinter sich ab. Also wahrscheinlich ist er bei sich zu Hause. Und als er die Uhr betrachtet, versteht er sofort, dass er nicht mehr lebend aus dem Raum entkommen wird. Am Ende stirbt er. Frage 1. Ist er wirklich dann auch in dem Raum gestorben? Frage 2. Ist er bei sich zu Hause? Fände ich erstmal zwei spannende Fragen. Was meint ihr, Chat? Verhörraum, eventuell mit Spiegeltischuhr. Genau. Ich glaube, wichtig ist herauszufinden, was das für ein Raum ist. Befindet der Mann sich in seinem Zuhause? Fragen wir erstmal so. Nein. Check. Äh, findet der Mann sich in der Höherraum oder Ähnlichem? Ja, was? Chat, das ist geisteskrank. Das ist krass. Das ist krass, Chat. Wir haben es, ich glaube, wir haben es direkt rausgefunden. Ich glaube, es ist einfach das, was ihr gesagt habt. Der Mann befindet sich in einem Raum, der einem Verhörraum ähnelt. Der Mann ist nicht zum Tode verurteilt. Wir sollten alle bei der Kripo arbeiten. Ja, safe. Okay, der Mann ist nicht zum Tode verurteilt. Jetzt bricht gerade die Streak. Okay, aber er befindet sich in etwas wie einem Verhörraum. Ist er Polizist? Ja, das hätte ich auch gerne gewusst. Ist er Polizist? Wisst ihr? Nein, der Mann ist kein Polizist. Okay. Ja, der Mann wird umgebracht. Okay, wir haben einen aktiven Mord hier. Welche Berufung der Mann hat? Ja, es ist relevant, welche Berufung der Mann hat. Befinden wir uns in einem Gefängnis. Im Gefängnis. Ja, okay. Es geht um einen Wächter. Gefängnisinsassen ermordet. Ja. In einer Zelle eingeschlossen hat. Ist vielleicht Blut auf der Uhr? Ne, wir haben's. Wir haben's, ja. Der Mann wurde umgebracht, weil er sich in der Zelle eingeschlossen hat, kurz bevor der Freigang endet. Dadurch konnte er nicht rechtzeitig entkommen und der Gefängnisinsasse, der noch in der Zelle war, hat ihn ermordet. Hä? Verstehen wir das? Macht das Sinn? Warum schließt er sich da ein? Hä? Aber warum hat der Wächter sich überhaupt dort eingeschlossen? Das ist eine gute Frage. Hier ist der Hintergrund. Okay, wir kriegen Backstory. Fächter wollte sicherstellen, dass alle Insassen während des Freigangs in ihren Bereichen bleiben. Als er in die Zelle ging, um nach einem bestimmten Insassen zu sehen, stellte er fest, dass die Tür hinter ihm zu fiel und er versehentlich eingesperrt wurde. Moment mal. Das steht aber nicht so... Das steht da aber anders. Gut, haben wir schwer auch gelöst, kommen wir jetzt zum unmöglichen Rätsel. Und ich hoffe, es ist nicht deshalb unmöglich, weil es von vorne bis hinten keinen Sinn ergibt. Ein Mann betritt eine Bar, bestellt ein Glas Wasser. Der Barkeeper zieht eine Waffe und richtet sie auf ihn. Der Mann bedankt sich und verlässt die Bar. Hat der Mann Hausverbot? Ja, der Mann hatte Hausverbot in der Bar. Ja, genau. Der Mann hat Hausverbot in der Bar und der Barkeeper zieht die Waffe, um ihn zu vertreiben. Der Mann bedankt sich, weil er wusste, dass der Barkeeper ihn mit der Waffe nicht wirklich bedrohen wollte, sondern nur sicherstellen wollte, dass er die Bar verlässt. Ja, Leute. Das war wirklich das impossible Rätsel. Äh, wirklich. Dass wir das rausbekommen haben, ist geisteskrank. Das ist geisteskrank, dass wir das rausbekommen haben, Chat. WTF. Das war unlösbar. Okay, Chat. Ja, das waren die Black Stories. Untertitelung des ZDF, 2020